Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MaxWeilis.de. Heute im Test der neue Huawei 5G CPE Pro 2 Router. Der zweite 5G Router von Huawei, der in Deutschland erhältlich ist. Es wurde einiges verbessert im Vergleich zum Vorgänger, unter anderem der Preis. Das Gerät ist jetzt für etwa 340 Euro, zum Beispiel bei der Deutschen Telekom erhältlich. Aber auch Vodafone bietet das Gerät auch mit Vertrag an. Dort heißt es Gigacube, Gigacube 5G. Man muss bei Vodafone ein bisschen aufpassen, denn die hatten auch schon den alten. 5G CPE Pro im Angebot, eben ohne die 2 hier. Und der heißt auch Gigacube 5G. Deswegen im Zweifel, wenn man das Gerät bei Vodafone kauft, einmal kurz nachfragen, welches Gerät bekommt man denn auch. Theoretisch jetzt ab Mitte 2020 sollte aber nur noch die neue Version 5G CPE Pro 2 im Angebot sein. Ja, wie gesagt, 340 Euro, das bewegt sich irgendwo auch im Preisbereich, in dem teure LTE-Router oder sehr gute, leistungsfähige LTE-Router angeboten werden. Unter anderem zum Beispiel die AVM Fritzbox 6890 LTE. Und ja, das darf man von dem Gerät auch erwarten, also Höchstleistung und eine relativ gute Ausstattung. Und ja, im Test habe ich mir natürlich mal angeschaut, ob das Gerät das auch liefert. In der Verpackung findet man neben dem Router selber natürlich noch eine Schnellstartanleitung und ein kurzes Heft bezüglich Garantie. Außerdem gibt es dazu ein kurzes LAN-Kabel, also ein flaches Netzwerkkabel und natürlich das Netzteil. Das Netzteil hat eine maximale Leistung von 24 Watt, also 12 Volt bei 2 Ampere. Wie viel der Router an sich im täglichen Betrieb verbraucht, kann ich leider nicht sagen. Ich habe nicht so ein Messgerät dafür, aber wie gesagt, die maximale Leistung hier 24 Watt von dem Netzteil. Ja, der 5G CPE Pro 2 ist wie gesagt schon der zweite 5G-Router von Huawei, der in Deutschland verkauft wird. Er trägt die genaue Modellbezeichnung H122-373. Es gibt den Router auch in anderen Ländern, dann ist die Modellbezeichnung ein bisschen anders. Das ist allerdings wichtig zu wissen, wenn ihr das Gerät irgendwo im Ausland kaufen solltet, denn nur dieses Gerät mit der 373 am Ende unterstützt dann auch wirklich die Frequenzbereiche, die in Europa bzw. in Deutschland genutzt werden. Nicht jedes Gerät aus dem Ausland, auch wenn es 5G CPE Pro 2 heißt, kann auch alle deutschen Frequenzen bzw. die hier eingesetzt werden. Deswegen da ein bisschen aufpassen und auf die richtige Modellbezeichnung achten. Der 5G CPE Pro 2 ist relativ klein, unterscheidet sich optisch eigentlich gar nicht mehr von einem LTE-Router. Das war beim Vorgänger 5G CPE Pro noch ein bisschen anders, der war noch deutlich größer. Das Gerät hier wirklich schön kompakt in weißem Kunststoff gehalten, gefällt mir persönlich sehr gut. Auf der Front haben wir hier ein paar LEDs und eine Taste für WLAN. Und bei den LEDs wird zum Beispiel der Status angezeigt, also 5G, 4G und WLAN. Außerdem haben wir hier unten, und das kann man gar nicht so wirklich sehen, noch eine LED, die dann entsprechend farblich leuchtet. Die sieht man aber auch nur, wenn es relativ dunkel ist im Raum. Und ja, ist eher so eine optische Spielerei, würde ich sagen, als wirklich ein sinnvoller Hinweis. Denn wie gesagt, wenn es hell ist, sieht man die gar nicht. Auf der Oberseite nichts außer so ein 5G-Logo. Auf den beiden Seiten auch nichts. Aber auf der Rückseite gibt es wieder was, nämlich insgesamt drei Anschlüsse oder besser gesagt vier, wenn man das vom Netzteil mit dazu rechnet, nämlich einmal einen LAN-Anschluss, Gigabit-LAN, dann einen zweiten LAN-Anschluss oder einen WAN-Anschluss. Sprich, man kann das auch an ein bohandenes Netzwerk anschließen, zum Beispiel einen DSL-Anschluss und das Mobilfunk-Modem nur als Backup nutzen. Und wir haben noch einen RJ11-Telefonanschluss. Allerdings sage ich direkt dazu, der ist in dieser Version, die in Deutschland verkauft wird, deaktiviert. Man kann ihn also gar nicht nutzen. Ist ein bisschen schade, denn theoretisch kann das Modell das, wie gesagt. Aber die Netzbetreiber Telekom und Vodafone haben das bei Huawei deaktivieren lassen. Interessant ist auch die Unterseite des Huawei 5G CPE Pro 2, denn hier sieht man ein paar Lüftungsgitter. Und der Huawei 5G CPE Pro 2 hat tatsächlich einen Lüfter integriert. Huawei sagte es sehr leise. In meinem Test konnte ich das bestätigen. Ich habe den Router wirklich dauerhaft eingesetzt, hier in den letzten zwei, drei Wochen. Und da war nichts zu hören, auch bei 5G-Nutzung. Keine Lautstärke. Allerdings hatte ich den Router auch natürlich nicht neben dem PC sitzen, sondern ich hatte den ein bisschen weiter entfernt. Aber wie gesagt, keine Lautstärke zu hören. Schon mal insofern ganz positiv. Außerdem haben wir auf der Rückseite diverse Labels, also zum Beispiel die Modellnummer, den WLAN-Namen im Auslieferungszustand, das WLAN-Passwort und natürlich auch die IP-Adresse für das Webinterface, wo man den Router dann konfigurieren kann. Außerdem natürlich hier der Schacht für die SIM-Karte. Es kommt rein eine Nano-SIM-Karte. Ist relativ unüblich bei Routermodellen. Mittlerweile ist es aber schön, dass das ein bisschen vereinheitlicht wird, denn in Smartphones ist die Nano-SIM ja schon längst Standard. Daneben eine Reset-Taste und eine Power-Taste. Und wenn man hier die Abdeckung aufmacht, dann sieht man sogar noch einen USB-Typ-C-Anschluss. Leider ist der nicht nutzbar, sondern hier steht Test-Only. Ja, ist wahrscheinlich, um den Router zu konfigurieren oder bei Fehlern eben auslesen zu können, aber nicht für die normale Nutzung gedacht. Ja, wo wir gerade die Anschlüsse betrachtet haben, da kommen wir auch schon zu dem ersten Kritikpunkt, den ich an dem Huawei 5G CPE Pro 2 habe. Leider sind nicht so viele Anschlüsse verbaut. Also zum Beispiel ein USB-Typ-A-Anschluss wäre schön gewesen, bieten auch viele Router in dem Preissegment eigentlich, zum Beispiel um Speichermedien anzuschließen oder um einen Drucker anzuschließen und dem Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Das bietet der Huawei 5G CPE Pro 2 nicht. Ebenso sind die LAN-Anschlüsse nur Gigabit. Eigentlich nicht so schlimm, Gigabit ist natürlich sehr schnell, aber das Gerät kann theoretisch über 5G bis zu 3,6 Gigabit nutzen. Und selbst in deutschen Netzwerken von der Telekom, von Vodafone sind durchaus über 1 Gigabit möglich und über LAN ist das dann nicht erreichbar. Ist ein bisschen schade, das Gerät kostet ja über 300 Euro und da hätte man das durchaus auch erwarten können. Was für viele Leute sicherlich noch ein bisschen tragischer als der fehlende USB- oder Gigabit-LAN-Anschluss ist, also mehr als Gigabit, ist sicherlich das Fehlen von externen Antennenanschlüssen. Ich persönlich sehe das bei einem 5G-Router nicht so ganz kritisch, aber ich kann es verstehen, dass viele Leute gerne eine externe Antenne anschließen wollen und gerade bei einem Gerät in dem Preisbereich wäre es natürlich auch sinnvoll gewesen. Ich vermute, dass Huawei das nicht eingebaut hat, weil für 5G wird ja zum Beispiel Massive MIMO verwendet, also deutlich mehr als nur 2x2 MIMO. Zum Beispiel 4x4 MIMO kann dieser Router und das mit einer externen Antenne abzubilden und dann diverse Frequenzen, also wir haben ja jetzt hier oft nicht nur eine Frequenzbereich, der genutzt wird, sondern bei 5G auch 3,6 GHz oft oder eben noch ganz viele andere und das kann man mit einer externen Antenne gar nicht so gut abbilden, sprich da sinkt eventuell sogar die Leistung und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen Huawei das nicht verbaut hat. Der Vorgänger hat das allerdings noch hier, der 5G CPE Pro und ja, man könnte schon wie gesagt sagen, das hätte eigentlich bei dem Preis inklusive sein müssen, diese Anschlüsse, sind sie aber hier nicht. Bei der Bedienung setzt Huawei auf eine Kombination aus normalem Webinterface, das kennt man schon von früheren LTE- bzw. 5G-Routern über das Webinterface, wie gesagt und man kann auch eine App nutzen, die Huawei Highlink App und die funktioniert soweit ganz gut, sieht optisch sehr schön aus, allerdings ist es von den Einstellungen her nicht so extrem umfangreich. Das Normale kann man damit abdecken, was man so gucken möchte, ein paar Statistiken sind natürlich drin, funktioniert wunderbar, sieht auch ganz gut aus, allerdings, ja, die besonders tollen Einstellungen oder vielen Einstellungen sind da nicht möglich. Allerdings bietet auch das Webinterface nicht so extrem viele Einstellungen, es ist zwar schnell und meiner Meinung nach echt ganz hübsch und auch sehr einfach zu bedienen und es ist vor allem auch sicher, das heißt, man muss wirklich immer ein Passwort eingeben und nach ein paar Minuten wird man direkt wieder ausgeloggt. Ist für Profis nicht so ganz schön, aber ja, es ist zumindest mal sicher. Aber wie gesagt, die Einstellungsmöglichkeiten sind da nicht so ganz ideal. Also zum Beispiel kann man jetzt kein Frequenzband auswählen, wo dieser Route arbeiten soll. Man kann jetzt nicht extrem viele detaillierte Einstellungen machen. Das ist ein bisschen schade, aber möglicherweise liegt das auch an den Netzbetreibern, dass die hier gesagt haben, wir wollen das gar nicht so komplex haben und deswegen hat Huawei einige Funktionen rausgenommen. Das gab es in der Vergangenheit schon und ist hier möglicherweise wieder der Fall. Für versitere Nutzer vielleicht ganz interessant. Es gibt ein Tool namens LTE Watch, das ist natürlich nichts Offizielles, aber ich verlinke es euch mal unten in der Beschreibung. Damit kann man dann zum Beispiel auch LTE-Informationen mit dem Huawei H122-373 auslesen und man kann zum Beispiel das Frequenzband sehen, wo es verbunden ist. Man kann auch das Frequenzband festlegen auf bestimmte Frequenzbänder. Im 5G-Bereich habe ich das nicht hinbekommen, allerdings funktioniert es eben im 4G-Bereich und das ist ja immerhin auch schon etwas. Beim integrierten WLAN setzt Huawei auf den aktuellen WiFi 6 Standard. Das ist löblich, denn im 2,4 Gigahertz Bereich kann man etwa 550 Megabit nutzen mit einem passenden Endgerät, was WiFi 6 kann und im 5 Gigahertz Bereich kann man etwa 2,5 Gigabit nutzen. Das ist sehr schnell, damit erreicht man im Zweifel höhere Geschwindigkeiten mit einem passenden Endgerät als über die LAN-Anschlüsse. Und durch WiFi 6 ist natürlich auch die Reichweite sehr gut von dem WLAN. Also ich habe hier wirklich durch drei, vier Räume in einem großen Haus noch ordentliche Geschwindigkeiten erreichen können. Mit einem WiFi 5 Router ist das oft nicht so gut möglich, aber wie gesagt, hier mit dem WiFi 6 bin ich sehr zufrieden von dem Huawei Router. Ja, wie schon erwähnt, der Huawei 5G CPE Pro 2 kann theoretisch bis zu 3,6 Gigabit im Downlink über 5G und bis zu 250 Megabit im Uplink nutzen. Der unterstützt die Betriebsmodi SA und NSA, also Non-Standalone und Standalone. Aktuell gibt es in Europa aber nur die Non-Standalone-Netze, sprich wir brauchen immer einen LTE-Anker. Und hier unterstützt das Gerät diverse Ankerbänder, also auch die relativ schwierigen, zum Beispiel Vodafone nutzt N28, den Bereich um 700 MHz für 5G und als Anker 800 MHz, können nur sehr wenige Smartphones, der Router hier kann es. Und ja, damit ist man eigentlich bestens gerüstet. Auch die unterstützten 5G-Frequenzbänder sind eigentlich sehr gut für die heutige Zeit, zumindest fast schon der Zeit voraus, nämlich 11 5G-Frequenzbänder und werden unterstützt, zum Beispiel auch N1, N3, N7 oder auch N28, wie gesagt, und natürlich das N78-Band, also das Band, wo hier in Deutschland die Gigabit-Geschwindigkeiten mitgemacht werden bei den Netzbetreibern. Im Telekom-Netz habe ich mit dem Huawei 5G CPE Pro 2 Router etwa 1 Gigabit im Downlink erreicht und etwa 120 Megabit im Uplink. Das fand ich persönlich sehr gut, insbesondere der Uplink war sehr gut. und im LTE-Netz habe ich bis zu 400 Megabit erreicht. Da kommt es natürlich immer sehr stark auf den Ausbau der Netze an. Theoretisch sind auch hier Geschwindigkeiten im Gigabit-Bereich möglich. Ich persönlich habe das jetzt nicht erreicht, lag aber definitiv an meiner Basisstation hier in der Nähe. Die Latenzzeiten bei 5G non-standalone und auch bei LTE natürlich dann lagen teilweise unter 20 Millisekunden, teilweise etwas über 20 Millisekunden, aber auf jeden Fall war es sehr schnell und ist ein perfekter DSL-Ersatz hier mittlerweile. Ja, kommen wir zu einem Testfazit. Der Huawei 5G CPE Pro 2 Router hat im Test eine ziemlich gute Figur hinterlassen. Beachtet man den Preis von 340 Euro, was für so einen Router relativ okay bepreist ist, finde ich, dann kann man den auf jeden Fall empfehlen. Wenn man mit den Schwächen leben kann, die Schwächen wären, es sind nicht so viele Anschlüsse vorhanden, zum Beispiel kein USB, keine externe Antennenanschlüsse und die Software ist nicht extrem umfangreich, aber dafür halt sehr einfach zu bedienen und optisch auch ansprechend. Die Geschwindigkeiten von dem Gerät sind sehr gut, auch das WLAN macht eine gute Figur und insofern kann ich den Huawei 5G CPE Pro 2 eigentlich bedingungslos empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, wie immer und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. und dann